Was sind die Trends? Das heißt, wir zeigen unsere volle Männlichkeit. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass der Bart unbedingt gepflegt sein sollte und sehr gut auch rasiert sein sollte. Das heißt, es muss klare Kanten geben. Man muss klar erkennen können, dass das Gesicht betont wird. Ansonsten wirkt es leider schnell ungepflegt. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass wenn der Mann den Bart pflegen will, dass er nicht einfach irgendeine Seife nimmt, um den Bart zu waschen, sondern ein sehr sensitives Shampoo dafür benutzt, direkt für den Bart und auch ein Bartöl verwendet, damit der Bart nachher ordentlich gepflegt und weich fällt und auch nicht unangenehm wird.